Hier ist jetzt absolutes Handyverbot. Sie müssen jetzt auflegen. Warum? Weil jetzt La Piazza aufgelegt werden muss. Und zwar, das ist ein neues Gesetz. Auf Wiesen darf man nicht mehr telefonieren, weil das einfach von der guten Stimmung ablenkt. Sie sind total der Stimmungsdurchbrecher sozusagen. Wenn Sie hier zwischen den ganzen feiernden Menschen einfach mal Ihr Handy anhaben. Ja, tut mir leid. Das ist ja geschäftlich. Ich bin ja immer geschäftlich verbunden. Ich muss immer nach meinem Geschäft schauen. Aber doch nicht, wenn Sie hier sind. Das tut mir leid. Das ist doch hier privat. Natürlich, aber... Wir beide sind doch jetzt auch ganz privat hier. Wir beide. Ganz anonym privat. Okay, ja. Also wie gesagt, lassen Sie sich nicht erwischen. Die Behörden schauen hier schon, wer hier telefoniert. Okay. Und ansonsten auf die Toilette gehen. Also da ist es wohl noch so ein bisschen legitim. Alles klar, okay. Danke. Halten Sie ein, ne? Okay, alles klar. Sie wollen doch, dass wir nächstes Jahr noch gemeinsam mehr Spaß haben. Okay, ja, tschüss. Dankeschön. Ciao, ciao.